was war wo was geht leute rambo six each leute ich hab grad ob es aufnommen kann wenigstens aufnimmt die scheiße grad wie du nicht aufgenommen hat ich hasse das man drückt auf den knopf es nimmt auf denkt man mal guckt dann mal ob die aufnahme stimmt dann funktioniert ja nicht was ein kakerle vorzappeln scheiße ich wurde eine neue gruppe hinzugefügt der gruppen werde ich den mann hinzugefügt diese such scheiße wie lang man suchen muss heutzutage hier wieder ne runde die angefangen hat sind wir drinnen ja schon am sound dr der k2 wir sind bei er hat sich ab und ankommen bei einem stimmig sind ich bin der tranker gut arbeiten kann hat und ist der marsch Raja Na ja, da pennt Liebe, äh, jetzt mal zuzugucken Also der Hund Also, hoffentlich fertig das Video, Leute, den Like oder ein Abo wäre geil Dankeschön Und, äh, ich erinnere mich noch mal, das Gewinnspiel, Leute wird unten verlinkt oder am Schluss, dass wir hier Videos angezeigt werden Dankeschön Also, macht Leute mit Ähm, ja, und Leute, letztens habe ich einen Kanal gesehen, also von einem Kollegen, der hat mir einen Link drüber geschickt, ich sollte mal da drauf gehen, hat er gesagt Ich bin drauf gegangen, wisst ihr, was mich überrascht hat? Der Kanal hatte 2000 Abonnenten, aber, ohne Scherz, Leute, jetzt, ohne Scherz Der hatte nur 30 Videos 30 Okay, dann geht's weiter Das ist ein Problem, 30 Videos, vielleicht sind sie gute Videos Das waren Playsy Videos Das konnten schlechte, die Das war einfach nur ein Scheißerle Das war diese Playsy Intro Statt, kein eigenes halt dazu noch Weil so eine Abo-Megge wäre schon ein eigenes Perfekt Und Krass Wie, was? What the fuck? Krass, das wird eine harte Runde wird wieder Ich habe lange nicht gespielt, Leute, seit zwei Wochen Und es geht weiter um den Kanal Der hatte 2000 Abonnenten Aber die Aufrufe, die er seit dem Kanal gemacht hat, hatte Waren 4000 Ungelogen 4000 Aufrufe Insgesamt Wie hat er das geschafft? Er hat insgesamt 2000 Abonnenten Wenn schon wenn nur die Wenn schon nur 500 guckt Oder nur 10 Oder 1000 Oder 50 Oder 500 Die Hälfte davon guckt safe Wenn die schon abonnieren Aber bei dem Der hatte weniger Aufrufe insgesamt als ich Und sein Kanal existiert ein Jahr länger als meins Das hat mich so irritiert Dann habe ich mir gedacht Okay Der hat zwar 2000 Abonnenten 4000 Aufrufe insgesamt Gucken wir uns mal die Videos an Vielleicht sind sie echt gut Und Ja Und die Videos waren scheiße Sag ich einmal noch Und dann habe ich mir gedacht Ja okay Entweder sind die Abonnenten gekauft Also man kann ja auch Für heutzutage für YouTube Abonnenten kaufen Und so weiter und dran Blablabla Und wahrscheinlich hat er das gemacht Oder die nächste Möglichkeit wäre Nicht hier? Dort droben dann Nächste Möglichkeit wäre Äh Ja Dass er Leute Also Freunde gefragt hat Die ihm Abonnenten geben Und die nicht gucken Leute Das ist einfach armseilig Ich habe zwar 5000 Fast 6000 Aufrufe haben Insgesamt fast Fast Max Täusch Leute Fast 6000 Und der da Hat auch die Fah- also Hat 4000 Und das Das war schon traurig Die Biohazard Die Biohazard Container hat Die Biohazard Container hat Mit Und der da Mit Diese Waffe die ich gerade spät habe Leute Das ist echt Overpowered Bei Tuka Yibi Die ist echt krass, die andere mit Visier ist nicht so Die ist zwar gut zum Aim und so Aber die hier, Leute, ist echt heavy Echt, Leute Ich feier die Waffe gerade irgendwie Ja, ich spiele mal Alibi Ich habe lange nicht mal Rainbow gespielt, also spielen wir mal wieder Alibi Mit Season Pass, Leute, muss ja sein, Leute Also, ich habe keinen Bock mehr, normale Horror-Projektor zu erspielen Ich liebe zwar das Spiel Aber nochmal diese Zeitspanne mir so zu geben Da habe ich schon noch die Starter-Edition Hätte ich gewusst, dass es einen Unterschied gäbe, hätte ich nicht die Starter-Edition gehört Was los? Ah, der pennt gut Ich mag den nicht So ein stiller Nigger Ich hätte mal einen Hund in Sri Lanka gehabt Also so ein Welpen, halt Und, äh, ja, Leute Was soll ich sagen? Den haben wir, hab ich halt, mega genannt Die anderen auch Oh, komm Verpiss dich, du Schwanz Was ist denn die Drohne hier? Eine verpiss dich Eine Zerchland Da habe ich gedacht Oh, naja Tue ich noch eine in Sri Lanka Und dann auch noch eine Und dann auch noch einer Und dann auch noch eine Und da Was ist denn die Was ist denn die Super Voll unauffällig, dass da da oben ich hab ja noch eine wand ja geh doch weg du scheiß käst da gut, komm, lauf, lauf dahin, wo du sitzt ey, das ist doch so ein scheiß ich hab ihn noch versucht zu messern, nein nein, funktioniert nicht und wenn man jetzt sagen will, meine Tastatur ist scheiße ich hab eine 200 Euro Tastatur, ihr Vollidioten ich mach die regelmäßig sauber noch vom Staub nein meine Kollegen wissen, ich hab eine krasse Tastatur was für Razer, alle verpisst euch mit Razer Razer ist ein Scheiß Schwanz geboten, alle was ist das für eine Lopi ich hab den nicht down bekommen ich hab, du, ich konnte nicht mal durch die Kiste schießen was ist das damals ging die Kiste noch kaputt wenigstens scheiß notensönale scheiß notensönale schwarzen schwarzen der und steht direkt bei schwarzen 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 ich hab lange keine Videos aufgenommen und nicht gespielt, weil es zu warm war schwarzen ich hab schon gedacht, heute ist was kühler wir brauchen mal ein die Euro schwarzen hier und hier die 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 gehen erstmal da lang, dann kommen die hinterher was für Schwanz geworden Ja Off for the last operator standing IT done Bio containers secure Muss sein Ich hab gedacht der kommt von vorne aber irgendwie war keiner da Achso ich wurde nur ein Geschlecht was für den Kack Ich hoffe mal dieses Video wird mal wieder aufgenommen Wenn nicht dann lass ich das wieder stecken alle Boah mit Hibana Hmm Tukaili Ihr erinnert euch doch letzte Woche Warte vorletzte Woche Keblam Also diese Aufgabe mit 40 Kopfschüssen Du kriegst für Legendär und 20 Ähm Lila Episch Legendär Nein Selten Und da hab ich bei Legendär Eine Also ich hab bei beiden natürlich auch nur für die Sekundär gezogen Irgendwie Das hat mich irritiert aber es war auch kein Black Eyes Fand ich auch schade Und bei der Legendären war Den Skin find ich schon nice einfach Für die Eagle Von Blackbird und Westerwege natürlich Und äh Die Die beiden hab ich ja noch nicht Deswegen Werde ich sie mir bald holen Dieser Skin ist heavy Ich finde den Skin echt gut Ja wow bleibt doch da stehen du Schwanzgeburt alle Okay ich bin nicht grad gut ich hab und zwar nur ein Kill Einer Assessist Wow warum haben die so hohen Ping Ich meine nicht aus unserem Team ich meine hier mit den Hunderten Mit den Hunderten Scheiße auf dem Ich weiß noch nicht ob die Einschirm Ich weiß noch nicht ob die Ich weiß noch nicht ob die Ich weiß noch nicht du korrig. Ich weiß noch nicht Look at the stairs. Stairs to basement. I am not going to die. Behind you. That's it. I am really looking at you. Really. Krass! Ich wollte eigentlich einen Rundenblend reinwerfen, hab ich mir gedacht, ich lass das mal stecken, safe ist da keiner. Abkommt da einer. Weil wenn ich so ein Spiel in diesem Raum wo die grad waren bei so bar, ich mach auch immer die Lücke auf und geh runter und hol sie immer von hinten. Das merken die meisten seh nicht. Aber trotzdem, schade. Hoffentlich hat dir das Video gefallen, mir hat's echt nicht gefallen. Oh, AlphaPack. Nice. Also das Geld ist es mir wert. Komm AlphaPack. Komm, komm, komm. Ja, ja, das war sauknapp. Das war sauknapp. Wär so weitergegangen und ich hätte mir sooo was von einen Aufreger gegeben. Betten wieder weiß, es ist immer weiß. Guckt! Was sag ich? Es ist immer weiß. Aufm PC. Wow! Diese Tarnung ist auch sowas von gestern alle. Haben dir das Video gefallen? Das war's. Bye-bye.